Ich bin keine Sportlerin. Ich bin ein Early Bird. 6 Uhr? Check. 7 Uhr? Check. 8 Uhr? Check. 9 Uhr? Tja, sorry, aber für Early Birds ist das leider zu spät. Sie beenden Workouts, wenn andere in den Tag starten. Early Birds sind vielleicht nicht die Besten, aber sie kämpfen. Und du? Du bist auch ein Early Bird. Stell dir einfach einen Wecker.